Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft hier wieder. Und was ich eigentlich machen wollte, also ich hatte mir hier noch zwei Bücherregale gemacht. Für unseren Zaubertisch. So, so und so. Und danach wollte ich noch, damit wir mehr Bücher bekommen. Also Papier haben wir eigentlich genug. Also, oh, dieses Grün sieht total cool aus. Ähm, und dann wollte ich nur noch, also brauchte ich nur noch Leder jetzt eigentlich. Und dann war es schon alles. So. Komm. Komm rein. So. So, erstmal eine Verwerbung. So. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Dann sind sich nur noch ein paar, Entschuldigung, 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 Entschuldigung und, ja, eins, zwei, drei. Ja, das ist okay. So, zwei Leder haben wir, das ist gut. Dann können wir uns zwei Bücher machen. Und, ja, das ist dann perfekt. So, hier Papier und, ähm, so, jetzt können wir noch eins, zwei Bücher und das Fiktion und das Holz, was ich auch hier noch habe. Und, ja, ähm, hier. Und dann können wir uns eigentlich bei, noch, vielleicht eins machen in der Folge. So, und das habe ich jetzt. Und ich lagere da noch mal ein paar Sachen an. So. Ähm, ich wollte in der Folge noch mal irgendwas verzaubern. Oh, das könnte ich jetzt eigentlich schon machen gleich. Aber nur so eine Axt und mal gucken, was da rauskommt. Wollte ich ja noch mal. So, hier ist hier die Waffenkiste. Das ist Eigenschwert mit Rückschluss 1. Mh. So. Okay, hier die Spitzhacke. Ups. So. Aber für die 2. Hier. Und, und, und. Effizient 1. Oh. Jo. Cool, ähm, dann fange ich die einfach mal hier rein. So, Schwerte. So, hier habe ich die extra, dann noch später, oh. Jo. Und hier ist halt noch die alte. Ja. Ich werde mir sehr fast kaputt gemacht haben, bei denen so viel hat. So, ach, komm schon. So. Was ich machen könnte, ist eigentlich noch... Oh. Oh, ja, Leder. Perfekt. Und jetzt können wir uns noch ein Buch machen. So. Und... Und... Jetzt fehlt uns immer noch eins. Und wir... Können wir ja die Folge zur... Ich will es jetzt nicht sagen, aber wir können ja kühle Leder formen. Und hier, was ich gesagt habe, mit dem Pferd, hier ist noch das Pferd von letztes Dumpf und von hier erzählt hat hier. Und das mag mich jetzt auch so zu sagen, ich bin letztens noch mal ein paar Mal da drauf gegangen. Und ich habe glaube ich auch zu Hause einen Sattel, dann können wir das ja mal ausprobieren. Und hier, was ich gesagt habe, mit dem Pferd, hier. Ähm. La. Da. 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 Prozent ich bin ein paar Spritzer und zwei Leder perfekt und das ist noch ein und siehe ich sehe okay dann nehme ich die sie sieht es nicht können sie von hinten überfallen nein sie hat gekauft so weiter geht's jetzt können wir uns drei Bücher machen und eigentlich ich bin eigentlich dafür ach ich hab Hunger das so oh da ist ein Skelett gestorben ach ich guck bald auch mal an der Mobfalle vorbei Skelett so können wir uns drei Bücher machen wir brauchen aber noch mehr ich hätte die Lederrüstung einfach nicht machen sollen hab ich noch ich fand ich mach das jetzt einfach alles ein bisschen Holz was wir letztlich gefarmt haben so ähm dann so ja ähm so jetzt können wir uns eins wieder machen das kommt dann hier rein so so du hast es offen ja hallo so so und dann geht schon wieder weiter ich merke grad das ist das ist jetzt nicht so toll hier war ich mir zu Hause ja und ja was könnten wir noch machen ich hab die ich hab die einfach hab ich genug Level ne oder ne dann hab ich einfach demnächst doch mal für ein Level meine Spitzacke dran weil die hält eh nicht mehr so mega lange das geht eigentlich aber ja Erde ich hab ne Idee eigentlich oder soll ich es machen ähm ähm Stuttstein ne ne oder doch ich fang schon mal an damit ich wollte mir einen riesen Turm bauen ich wollte mir einen riesen Turm bauen aber ich pack den ich glaub ich bau den nimmst oder ne ich weiß was ich den bau von den dort hinten schon wieder alles farmbereit da sind wir auch letztens rausgekommen hab ich glaub ich hab's gezeigt sehen wir mal dann sooo ich glaub ich pack den Turm so ja ich weiß es ich mach den schon schneller gut ich pack den oder ja ich mach den hier hin den Turm das ist cool ach ihr wisst jetzt zwar noch gar nicht welche was ich für den Turm machen will das fängt ja schon gut an oah komm schon das ist nicht mehr normal also so so eins das ist ja sehr spannend und man das ist doch nicht mehr normal sooo ouch u u u u